Dvipada Ekahasta Stiturdva Hastasana oder auch genannt Dvipada Ekahasta Stita Urdva Hastasana oder vollständig Dvipada Ekahasta Stiturdva Hastasana. Vivian zeigt, wie es geht. Die Ausgangsposition ist das Dreieck. Von hier gib die rechte Hand neben den rechten Fuß, beuge den Ellbogen stark und platziere den Oberschenkel auf den Oberarm. Hebe das Bein hoch und hebe den anderen Arm hoch und schaue in die Verlängerung des Armes nach oben. Dies ist Dvipada Ekahasta Stita Urdva Hastasana.